Die Lippe ist köstlich. Echt? Oh, das freut mich aber echt. Ja, die ist echt lecker. Ich gehe zu den Pferden, okay? Na gut, aber... Ja, pass halt auf. Okay, ich mache ein paar Kunststücke. Dann pass doppelt auf. Und ziehen einen Helm bitte auf. Na gut. Klick, klick. Klick, klick. Okay, Valerie, du stellst dich... Komm mal. Ja, genau, perfekt. Und bleib so. Lady, du kommst so hin, ja? Und Orlando, du kommst überlegen. Ah, perfekt. Okay. Und hier kommt die mutige und clevere und gute. Lucy, yeah. Applaus. Yeah. Okay, dann geht's mal los. Dies ist dein vollstes Vertrauen vom Pferd und zum Mensch. Ja. Ja. Und nun... Wuuh. Yeah. Applaus. Wuhu. Ja, ihr wart alle ganz lieb und ganz super. Toll habt ihr das gemacht. Echt super. Oh, na dann, ich geh mal zu den Delfinen. Hä? Äh. So, Delle. Noch schnell den Helm wegtun. Was ist denn hier passiert? Wieso ist das Boot im Wasser? Das muss doch aus dem Wasser sein. Oh Gott, bist du daran schuld, du freche Möwe? Hä? Oder seid ihr zwei daran schuld? Hm. Ach, Winter. Danke. Dafür gibt's einen saftigen Fisch. Äh. Äh. Hehehe. Jetzt nur noch das Boot noch reinkriegen, weil ich möchte ja... Rein mit dem Boot. Juhu. Ja, so ist es gut. Hey. Ich möchte doch auch noch rein. Komm schon, Lucy. Ein kurzer Sprung. Sonst nichts. Schaffst du. Okay. Es ist nur Wasser. Alles gut. Okay, das schaffst du schon. Okay, und... Aua. 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 Danke, Winter. Vielen Dank.